hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der durchwelt v6 so 100m ist um 7,80m so kurs laden das war der kurs glaube ich gut aus Soo. Hm, steht mir lieber. Soo. So sieht es jetzt gut aus. So, halt. Und let's go. Das sollte jetzt so passen. Gucken wir mal ob das auch so passt. Ich überlege um die dritte runter oder ziehen wir jetzt einfach... Bursch. Bin ich gerade hin und her gerissen. Ich mach da eine Runde. Sicher ist sicher. So. 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 So, lass den jetzt los, löst mich jetzt dauernd öffnen. Ich hab ja mal gar nie. Ich hab ja mal gar nie. So. 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 Let's go. So. 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 Auch da merken wir es klingelt. Ich hoffe es war jetzt nicht gerade in der Folge. Es war gerade ein bisschen nicht so prückelnd, aber jetzt hat es bis auf ehemalig immer gepasst. Oh Gott, jetzt lasse ich auf ehemalige Miete. Ich habe so schön lange geschlafen. Für meine Begriffe fast ein bisschen zu lange. Ich wollte schon gar nicht pennen, aber das erste Mal war es um 6 Uhr, aber jetzt stehst du nie auf Urlaub. Und dann das nächste Mal war es um immer halb 10 Uhr. Jetzt könntest du mal aufstehen, wie gesagt. So, wie gesagt. Totally. Totally. Okay. 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 hier So. Und wieder eine Bahn geschafft. So. Und abwärts. Und gleich geht es wieder runter. Dann werden wir den Zebra-Look beenden. Und weiter geht es. Und wieder geht es. Eins, zwei, drei, vier Bahnen haben wir nach der noch. Eine kurze und drei lange. Und eine kurze Jahre. So. So passt Wagen unter Luft. So. 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 And. So. 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 Ich will nicht so richtig. Und bei der Vermutung richtig liegen, dass ich die letzte Ballotte ansetzen muss. Noch habe ich ein paar Meter schon vor mir, kann immer noch viel passieren. Aber der Weg wird immer weniger, wo was passieren kann. Und hier ist es jetzt nichts gekommen. Oh, ich habe heute übersehen, ich halt. Aber wir werden sehen, ob noch was kommt bis hin oder ob ich es heute übersehen habe. Aber das fällt dann doch jetzt so aus, das. So. Ich muss erstmal hier stoppen. Speichern, ganz wichtig. Und abgeschlossen, eine Ansehen-Mission habe ich dann noch. Aber bis dann ist es noch ein bisschen hin. Wir werden mal zuck zuck zum Hof. Da geht auch wieder der Dünger raus. Weil mit Dünger sehe ich nie an fremde Felder. Aber ich bin gar nicht bezahlt. Also daher machen wir das auch nie. Ein Verkehr ist das hier auf der Straße fähig. Ein Verkehr ist das hier auf der Straße fähig. So, da haben wir doch schon fast unseren Hof in Sicht. Alte Barackchen. An meiner Wiese. Und da sehen wir schon unsere kleinen Maschinchen am Hof. Börderband, Kartoffel, Waschanlage. So, hier. Wir werden auch proben hier. Wir werden auch proben hier. Wir werden den Schieblässt geben. Auch was machen brauchen wir jetzt nicht mehr. Den Weg bei mir rein, finde ich genau. Das schafftsch noch. Wo häng ich hier? Was ist das? So, den reparieren wir. So, das Ding auch, das Gewicht ist wieder, deshalb ist mein Lieferstand jetzt mit lieberer Bewert schon das Gewicht. So, aber ich sehe auch gerade, wir sind am Folgenend angekommen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Dämpchen da, ich bin raus, tschau tschau, sagt euer Jaso.